Bei heißen Temperaturen verbrennt der Rasen schnell. Mit wenigen Tricks kannst du deinen Rasen nicht nur retten, sondern auch vorbeugend schützen. Gieße deine Grasfläche mehrmals am Tag, am besten vormittags und abends. In der prallen Mittagssonne kann das Wasser wie ein Brennglas wirken und dem Rasen so noch mehr Schaden zufügen. Um den Rasen wieder grün zu bekommen, nutze am besten einen Dünger. Achte bei der Nutzung und Dosierung auf die Herstellerangaben und dünge am besten abends vor dem Wässern. Verbessert sich der Zustand deines Rasens nach ein paar Wochen nicht, solltest du ihn vertikutieren. Lasse den vertikutierten Boden ein paar Tage ruhen, um danach neuen Rasen sehen zu können. In den ersten Tagen brauchen die Samen viel Wasser. Gibt es jedoch eine allgemeine Dürreperiode in deiner Region, solltest du komplett darauf verzichten, deinen Rasen zu gießen. Dieses Wasser wird dann an anderer Stelle dringender gebraucht.